Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Counter-Strike Global Offences Zero2Hero mit dem Mike und dem Malte. It's me, it's Malte. It's me, it's Malte. Und zwei komplett komische Leute, großen. Oh Gott, bitte nicht. Die muss ich gleich mit muten. Die muss ich gleich nach der Runde muten. Ich hab extra mal einen Sprachjet angemacht, aber die kannst du ja schon wieder überhaupt nicht verstehen. Der blockt doch. Alter, der leckt wie Sau, der Typ, ne? Unser Russ, ne? So, warte mal, unser Russkost. Boah, ich krieg wieder einen Schuss rein. Ja, aber du hast recht, den kannst gleich. So, beide gemütet. Ja, kannst du. Hätte ich doch überhaupt nicht die Einstellung gar nicht einstellen müssen, dass ich Spiele anhabe. Aber ich dachte, den lass ich mal. Oh, ich dachte, die Runde geht dümmer aus für uns. Warte. Kurz. Die Nade sah es auf jeden Fall. Haben gut genug. Drück. Warte. Kann ich noch nicht sehen. Das sah auf jeden Fall gut aus, die Nade. Mhm. Da hast du schon wieder drei weggeholt. Bei den 60. Gar nicht. Ja, ich habe auch wieder ein Inzel-Handy gekriegt. Also kannst du das. Naja, bei mir dasselbe. Ah, das ist natürlich still jetzt gerade. Naja. Nur mit Tech-9. Mehr braucht man nicht. Wo wollen die alle hin? B? Rush? Ich hab ihn gemutet. Ähm, Chat. Ja. Geht. Ja. Geht's dir. Geht ihr nach mir heute. Oh nein, stand zwei. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Einer hat kurz hat gefresst. Eww. Shot. Blaue Tunnel. Dauer Tunnel. Ja, kurz immer noch. 87 hat er gefresst. Einer ist Katas und einer ist... Oh, Shot. Shot noch. Shot ist tot. Tunnel. Last one. Tunnel. Wir sind leider zu spät. Wir sind leider schon in der Runde drin jetzt. Ich wusste von nix. Ehm, Confi. Hatte mir erwarten sich schlagen. Hätt'n mich trotzdem sagen. Ich hab's ja selber vergessen. Na, siehst du ja. Ja, aber ich wollte nur sagen, es stand der Konfi. Ich hab natürlich jetzt so'n Scheiß-Ding drin, ne? Das jetzt mal das Kaufen-Menü nach einmal kaufen wieder zugeht. Das muss ich natürlich auslesen. Warum muss der Russisch schreiben denn? Der Russisch ist doch die neue Weltstrafe. Das verstehen doch keiner. 3 sind weg. Das war scheinlich Auto. Ich hab's schon vorbei. Was geht mit euch ab? Ich hab' überhaupt nichts gemacht. so gar nichts unfair ich habe auch nichts gemacht kann ja nichts für das ist doch scheiße auf was hat er jetzt die stings gelegt und jetzt müsst ihr was die granaten kaufen weil das alles auf kurz war liegt okay was haumat ja wieviel du kostest mir nacht guck mal da rein hier nix drücken schon nicht schlechten mails die zwei russen super der russer kann nicht treffen drehs mal zu mir bitte wo ist er denn hinter dir immer mal ein paar kippen aus deiner brusttasche da ist selber bin schon drinnen du du geist wird da oben gesmockt ist einer raus malten jetzt habe ich zurückgelaufen ja ich bin alle kurz ja gibt mir einfach mit der pistole direkt halten war auf kopfhöhne bringt bei ihm nicht zu viel awp kurz kurz hat meine arme nicht mehr darf man schon das ist mit 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 schlafen oder warum hast du dich hingelegt mit zack kotzt das gerade mit dem kaufmenü an ach was ist denn das für eine scheiße ey ich überlege mal ich bin eigentlich ein null drück ach null ist das ok was ist die eins ah zwei ah ha ha cool muss ich nur noch rausfinden wo kevlar ist ich glaube ich habe ihn getroffen ich bin mir aber nicht sicher war doch so lange war mein fahndkreuz auf jeden Fall drauf ah ja ich habe ihn getroffen cool mit der awp wow zwei onspot im flamming flamming morotov der frackte von kurzem bestimmt nicht weg war ein zwei onspot Tino einer verschoben beide tot einer verschoben letzter sities one irgendwo Einfach über den Haufen gerusht, die Pister. Nur weil die mir Smoke geschmissen haben und du da durchgegangen bist. Ich hab die Smoke geschmissen. Ach, war's live? Ich hab die Smoke geschmissen und hab ne Brand auf On-Spot. So, okay. Das sah eh nach deiner aus. Pass mal auf, Kollege. So nicht. Drei Granaten bin ich hier losgeworden. Warum hat er sich auch ne Ape gekauft, der Spass? Er ist auch ein Idiot da. Oh Gott, der ist auf jeden Fall gehittet. Drei und neunzig hab ich ihm gegeben. Ey, was geht ab? Kann doch nicht wahr sein. Wie schräg kommen die auf On-Spot? Ja, die mähen einfach alle immer im Laufen auf den. Letztes für die Spahn. Mach's lieber nicht, Mike. Du wirst ja noch. Du wirst ja noch. Ich seh. Oh, ich wollte ihn grad neu. Ich freu mich jetzt auch schon wieder, wie viel ich dem wieder gedrückt habe. Man kann's einfach nicht lassen. 47 hab ich mir. 67 hab ich mir direkt. Was denn, Dino? Ah, 4 ist AK. Das ist gut. Und wo ist jetzt der... Wo ist er? Das ist ein Scout. Das ist ein Scout, Dino. Oh mein... Wo ist die scheiß Waffe wegwerfen hier? G. Normalerweise. Was? Normalerweise G. Ist nicht. Wie kann ich die scheiß Waffe wegwerfen? Die Coltweg ist umgeschrieben. Mist. Komm gleich, Jungs. Geht gleich los. Oh. Mist. Ich muss das mal alleine machen. Ich bin immer vertraut, wie ich die Waffe wegwerfe. Unten CT. Malte. Das Schlimme ist, Dino hat die Bombe. Die letzte ist aber der Kriegung. Kurz, kurz, kurz. Short, short, short. Short. Das ist unangenehm, dass du die Bombe hast. Die liegt jetzt am Spawn. Ja, das ist etwas ärgerlich. Tut mir leid, aber hm. Warte, gleich wieder da. Am Spawn, hast du gesehen, Junge? Nee, hast du nicht gesehen, ne? Wie ist jetzt Spawn? Spawn. 3, 2, 1. Head Charge. Naja, safe. Oh nein, Junge. Oh Gott. Aber nur weil unser Typ zu dumm ist, er hätte ihn vorher schon mal erfischen können. Oder weil Tino die Bombe hat. GG. Wird wohl doch kein 16-0. Schade. Was holen sich denn unsere Typen alles? Ähm, so. Warte mal. Ähm. Nichts. Nein, wir werfen doch Tino nicht raus. Was soll denn das? Wir sind eine AK-Tino. Ja, hab ich. Achso, scheiße. Ich hab mich verkauft. Na egal. Lolo. Schon wieder? Oh, ARP auf lang. Ja, als ob. Weiß nicht. Wo stand der? Äh, er hat gemoved dauernd. Mal an der Ecke, mal weiter rechts. Ja, schön. Der Typ hatte in der Mitte Probleme mit Tino. Einer ist kurz, der andere ist Mitte, Malte. Kann ich jetzt sagen. Ich hab die Zeit nicht verstanden. Oh, das wird nichts zu zweit. Ja, ich dachte einer wär lang halt, ne? Was? Okay. Das hat sich eher so angehört, als ob du das CC-Step. Oh, naja. Ja, ich dachte, dass das die schlau sind, weil es ja nicht bald über kurz kommt. Kleid so wie die Sache. Uh. Naja, was wollen wir machen, ne? Ja. Minus ist Kalil, das ist schon mal gut zu wissen. Also auf den ganzen Num-Pad oder was zum Drücken? Ja, das ganze Num-Pad, komplett belegt mit Kurzwahl. Ey, Leute, nicht dass euch wundert, ich hab hier ne neue Konflikt drinnen, äh, von jemand anderem bekommen. Und die einfach jetzt mal so übernommen. Kann man ein bisschen probieren, Leute. Ist ja ne richtige Russen-Party bei euch, ey. Mhm. Ich gucke euch grad zu, wie war der Piotr. Sogar rausschmeißen, Leute. Sogar rausschmeißen, Leute. Ja, genau. Er kommt weg. 95! Ist doch nicht wahr. 95 drücke ich ihm, ey. Weil die Smoke auch wieder genau perfekt kam. Bin dann auf B gegangen. Ja, natürlich, das ist doch die Bombe, ne? Ja, komische Koliapod kann auch mit der Abo und nicht umgehen. Sehste, was ich natürlich mal machen kann, ist... Koliapod? Ah, unser Typ da. Koliapod. Mhm. Ja, die Abo ja soweit unten. Mhm. Ja, falls das sprayt, die zieht extrem stark nach oben wegen dem Rückstoß, weißt du? Die AWP, ja. 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 Ja, genau. Ja, ich seh ja immer nur eine Runde verzeigert. Habt ihr so gut vorgelegt? Mhm. Und dann war Manus die eine Runde AFK, weil er wegen seiner Konving nicht klarkam. Und dann ist es eingebrochen. Ah, gut. Ah, ha, 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 ha. Oh, Martin, hör zu. Oben am Kasten einer, oder an der Tür einer auf jeden Fall. Ja. Ne, weiter rechts. Hat er mit einer AWP gerusht? Na. Ja. Also ich hab nur Suka Bljett verstanden von dem, was er gesagt hat. Suka Bljett. Ah, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Lass mal auf B russen. Alles klar. Bin dabei. Rush B, Rush B, please, Rush B. Okay. Nice. Die Clashbring von irgendeinem Kollegen hat das. Ja, hat er doch gar nicht mehr hingekriegt. Nice, nice. Und bei der Waffe! Der nächste Assist ist für mich. Ich hab's nicht. City Spawn ist über Tino. City Spawn ist übrigens eine AWP von den Gegnern, ne? Ja, mach nix. Die schießt auf dich. Nein, die schießt nicht auf Tino. Och, hat sie. Immer noch auf. Na, gut, dass Mike trommert und nicht Tino. Er wollte Tino treffen. Wir sind's ja noch. Einer, nur der, oder was? Nein, ja, nur noch der. Wee! Wee! Klasse, City Spawn. Da war er. Da war er. Da war er nicht? Das ist mit ihm lang gegangen. Nimm mir ab und hol auf Tino. Terrorists win! It is going to explode! Oder auch nicht. Problem ist, ich weiß halt wirklich nicht, ähm, wie ich die Waffe wegschmeiß. Drück mal F. Dann guckt er sie an. Auf G geht's jetzt. G guckt er sie auch an, kundlicherweise. Hm. Kann man umlegen. Nach der Runde. War lang nichts? Nö. Ungewöhnlich. Und spot einer. Ja, ist er in der Weite? Okay. Was? Oh man, das hat... Ja! Ey! Drück mir wieder in den Kopf direkt, ne? Ja, der hat alle weggeholt, ne? Ja, klar. Weil ich nicht... Ich hab zwei Schüsse mit der AWP auf ihm vergleicht. Das ist das Problem gewesen. Aber wenn er sich so rumruckelt, dann treffe ich mit der AWP. Meistens auch nicht so unbedingt. Weil er überhaupt nicht berechnen kann, wie er lang läuft. Der hat einen M4, ne? Im Pit. Waaah! Der drückt doch den Sinn in den Kopf, ne? Der hat... Der hat doch Bunnyhop gemacht und hat uns den Handy gedrückt. Ja. Warum wollen die mich eigentlich immer rausschmeißen, die Spasten? Weil du letzter bist, weil sie dich scheinbar schlecht haben. Weil du... Wollst du njerd sagen. Njerd bedeutet nein. Njerd! Mit Barokie... Was sag'n Sie denn? Ich hör' die ja nicht. Irgendwas mit BLEAT. BLEAT. BLEAT! Ist ja. Ist ja. Haben wir nämlich mal einen russischen Sprachkurs für Anfänger gegönnt. Ja, kriegt man quasi auch schon, wenn man Counter-Strike spielt. Äh, so ungefähr, aber... Kein professioneller, also... Die Sprache ist... ... relativ. Hacking jetzt, ey. Der Terrorist ist weg. Mike, du hast noch gebeten. Weißt du, ich hab eine Arme. Ja, ich wollte mir eine M4 mitnehmen. Der andere Typ hat ja auch eine. Und der andere Typ auch. Deswegen hab ich mir lieber eine M4 mitgenommen. We must move. I'm throwing a flashback. Feine! I'm throwing smoke. Smoke. Throwing a flashback. I'm throwing a flashback. Auto. Was? Alter, das kann doch nicht wahr sein. Was? Alter, das kann doch nicht wahr sein. Was? Oder... Wo was handelt's? Wohin? Richtung B oder wo hat der gekocht? Ne, ich weiß es nicht. Da soll niemand Tannels rein, gell? Da ist er. Da ist er. Ihr habt aber echt nur Russen. Ne, da steht aber... Naja, ich sag ja nur so ne Klopp-Helzer. Ja, aber nur im Gegner-Team. Das sind nur Russen, das ist alles russische Vöderation. Macht auch viel Spaß mit den Leuten zu spielen, weil die einfach... die quatschen. Und... Durchgehend. Kontinuierlich. Nur. Ah ne, dieser Mieleska. Kontinuierlich scheiße oder was? Der Mieleska, das ist er aus Japan. Hm. Okay. Aber hier ohne Witz nur dieser, unser erster. Der hat drei Kills, weniger und fünf Assists und hat einen Punkt mehr. Ja, ja. Das ist ein typisches Braum-Grenn-Kind. Quickscore ist aus der Ukraine. Na gut. Lernt ja aktuell jeden Tag. Wie man schießt. Move it, move it! Mach mal was. Meiner. Muss nicht helfen, Tino. Ich hab 9 HP, passt alles. Deiner hat auf jeden Fall ist. Hast du irgendwelchen Nades? Also B ist frei, ne? Er wird Elevator hocken. Was hier ist schon sein, Tino? Komischerweise nicht. Oh, ich hab mit einem Nade im CT-Scorn getötet, ne? Der ist ja da. Was, ich hab einfach nur durch die anglesgeworfen. Ja, ich hab einfach nur durch die Smock reingeworfen. Blablablablablabla. Blablablablablablablablablablablablablblablablad… Ich denk mal, wir haben keinen Kart rein, oder? Blablablablablablablabla. Das war halt die Fresse. Und den Kart rein eigentlich? Kas rein oder nicht Kas rein? Nein. Jetzt ist es schon zu spät für den Cut. Ja ist doch so ey, jetzt mal ohne Scheiß, was soll denn das? Dummes Geballer jedes Mal hier ey, das kannst du ja keinem Menschen mehr antun sowas. Mit der Mitte, Alter. Er drückt mir halt, ne? Mit der Scheiß gelockt. Tunnels, Tunnels, Help, B, B, Halb, ja, man könnte ja einfach keine Hubschrauber hier um hinzufliegen. Oh, Collier hört auch, hört auch gute Headys raus. City ist da. 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 Die Nord-Akklusion? Ja, weil, na, langsam geht es mir auf den Sack, ey. Weil ich gerne einer schießen würde von denen. Aber das ist keine Russische, was der Mensch schreibt dazu. This is our day. Kostad, Ninja. Das ist doch, ey, halt. Ja, ne. Das ist doch noch verkannt. Wir sind richtig rangegangen. Russen, Ukrainer und den Japaner wegen dem. Ich weiß nicht, den GoPro be a hero. Oh, durch die Tür. Russen, Russen. 400 Stunden. Ne, 300 Stunden. Ich weiß nicht, wenn man die scheiß Waffen wechselt. Das gibt's. Musst du, glaub ich, gleich mal in der Config gucken? Ja. Da kann man sich nur Optionen gucken. Da ist da eine ganze Zeit unten drin. Hm, den bräuchte ich dann nochmal umstellen, ne? Aber das Problem ist, meine Config ist jetzt schreibgeschützt. Ich glaube, der speichert das nicht mehr, ne? Ich hab die Brand von meinem Team-Mate und den Nate von meinem Team-Mate abgekriegt. Gell, oder? Alle angehittet irgendwie. Zwei sind tot. Ja, gut. Komm lang übrigens. Noch einer. Das ist schon rum. Tottenhills. Sehr schön. Einfach in den Rücken geschossen. Neue Ordnung schafft diese Runde. 100 irgendwas. Sei kein Loser, kauf Defuser. Ja, du musst auch. Was denn? Njet. Let's go, people. Njet. Mitte war einer. Kurz durch. Boah, ich hitte nur an. Angehittet und mit AWP wieder. Oh, lass mich schon durch. Oh Gott, wie schlecht. Daneben, Alter. Ach. War auch nur einer. Ja, aber was? Ja. Boah. Oh nein, aber ja. Scheiße. Hallo Malten. Hallo Malten. Hallo Malten. Ich habe mich schon mal angehittet, ey. Ich camp jetzt. Mach das. Den aus der letzten Runde hatte ich kurz frühflasch gedreht. Mich! Ich... Hm. Versehen. Was manche von Skill haben. Ah, das gewinnt doch noch. Ich war in Richtung B. Bist du schon voll lang? Ne, aber ich bin hinter B. Ich bin vorn von denen, also. Ja, die sind in Tunnels drin. Die Waffe snacken. Die haben eine AWP da drin. Nice, Mike. Einer geht wieder über T-Spawn. Die Bombe geht wieder über T-Spawn. Die AWP ist da noch drin. Na, sehr schön. Der Räser war T-Spawn. Achten lang. Namen gucken auf jeden Fall. Der ist getötet. Was ist das? Snipe den hier weg. Okay, der ist noch am Spawn. Gibt's ja nicht ey. 26 kommt auf kurz. Gelaufen. Und bloß da oben an der Ecke. Da war der da. Genau. Da. Steh da. Die ist gar nicht so klein, bis das. Achso, ich kann natürlich mal schicken. In die Option. Tostatur Maus. Wo stand denn das jetzt hier? Nachladen. Waffe fallen lassen. Ist unbelegt. Super. Sollst du einfach nicht deine Waffe fallen lassen. Dann geh. Will der es helfen oder was? Na komm bei dir, Mike. Na, hätte er dich jetzt getötet, wäre auch egal. Den hätte es nicht mehr geschafft zu planen. Nein, nein, nein. Das ist nicht geschafft. Ne, ich hab beste Waffe. Angehütet war er im Übrigen. Schön, gut gemacht bald. Elf Assists, Alter. Elf. Ist doch nicht wahr. 25 kills. Ja, ich hab 20 und 11 Assists. Ich hab 8 Assists bei 10 kills. Was soll ich denn sagen? Ihr Penner. Ja. Aber 3 Sterne. Ah, Funkelsternchen. Nice. Unser AWP ist gefallen. Ja, kommt der Mitte raus. Oh, und wer hat doch nicht mehr... 83 in 5. Hätte ich mal lieber die M4 behalten. AWP ist übrigens Mitte. Wir 2 sind Mitte raus. Ah, das war der Angestellte. Mach ich Mitte raus, ist schon was, ne? Ist das seine? Tunnels. Wie der Megal. Na ja. Megal wird geil. Na ja, war ja ganz lustig. Tino? Ja? Ab Moderation? Ach so, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Und ähm... Gib Randy. Bis dahin. Tschüss. Däumchen dalassen. Ulu.